Hallo liebe Interessierten der medizinischen Dokumentation, Biometrie, Epidemiologie, Bioinformatik und medizinische Informatik. Hallo liebe GMDS-Mitglieder. Ich bin Monika Popperurin, Tagungspräsidentin der 68. GMDS-Jahrestagung, hier in Heilbronn vom 17. bis 21. September 2023. Und genau das sind wir heute auch in der LIV, unsere Bibliothek am Bildungscampus in Heilbronn, mitten in der Stadt, nahe an den Heilbronner Bürgerinnen und Bürger. Wie wir die LIV einbinden in die Jahrestagung, das verrate ich noch nicht. Das müssen Sie selbst entdecken, wenn Sie zu uns kommen vom 17. bis 21. September 2023. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.